moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session wisst ihr noch damals als das nordmeer rausgekommen ist da gab es doch diese ganz ganz interessante geschichte da gab es doch mal eine zeitlang so massiv auftretende kalmar population wo waren das noch mal genau hier oben auf 115 meter du hast das vielleicht 25 20 25 meter hier runter gelassen das ganze gebaume und hat es da irgendwie gefühlt einen kalmar nach dem anderen drauf also da war richtig 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 was los man hat richtig viele tolle kalmar gezogen konnte die population ordentlich ausschöpfen was ist eigentlich daraus geworden wir finden es heute raus also sind wir mal ehrlich das mit dem kalmar ist heutzutage eher schwierig wir haben nicht mehr so richtig häufig die population an an bord kann man sagen es ist mehr so zum sporadischen zufall geworden würde ich auch mal vorsichtig behaupten der ein oder andere hat vielleicht eine methode gefunden der bin ich mir aber nicht bewusst was wir allerdings wissen ist dass die 115 meter immer noch da sind und irgendwie also ich weiß nicht wie es euch geht leute für mich ist das so ein bisschen ja bisschen ruhiger geworden um diese 115 meter grund genug einfach mal wieder vorbeizuschauen und das werden wir heute mal tun mit dem schlepptau ein setup das ich so auch noch nicht geangelt habe beziehungsweise zum teil schon ich zeige euch am besten einfach mal wovon ich spreche und zwar sind wir heute unterwegs hier auf poseidon mittlerer bootsroute und der imperial ich habe mich mal für ein etwas schwereres setup entschieden in dem fall sind wir bei 110 kilo gelandet hier muss ich noch anpassen gehen wir auf einen ticken höher 113 mit dem verschleiß kommen wir sowieso wieder drunter dann haben wir hier mal einen simon lurker 300 gramm diesmal in einer ganz anderen farbgebung das ist so eine art wie kann man das beschreiben weiß mischung cremefarben irgendwie sowas wobei das cremefarben eigentlich eher so ein helles grau ist ach ich habe keine ahnung farbsicht welches kacke nichtsdestotrotz wir haben jetzt hier mal originalhaken drauf das sind 6 0 dazu habe ich in 6 0 wieder in schlank drauf geschmissen wir gucken uns einfach mal an ich bin aber den fan seit neuestem deswegen nehmen wir die so oft zu der farbgebung hier habe ich mich für weiß entschieden weiße rassel und weiße tube ohne filet heute mal einfach mal komplett offen lassen der köder allein soll überzeugend sein nicht das filet was unten dran hängt dann habe ich mir gedacht normal nimmst du immer diese netten diese ja diese real trims diese gebogenen heute machst du mal natural shrimp dran und zwar die große variante 13 cm haben wir hier also wenn wir uns die konstellation anschauen und uns im hinterkopf behalten dass wir auf 115 metern angeln wollen dann ist denke ich klar worauf das hier abzielt nämlich tendenziell wahrscheinlich eher die bissel mittelwasser ich habe mir vorgenommen hier auf diesen setup schwarz weiß schwarz weiß schwarz weiß von haken 4 bis 6 0 das heißt wir werden tatsächlich erst mal gezielt daran gehen und diesen köder auswerfen und so weit absinken lassen bis eben dieser besagte bis auch zustande kommt und erst dann praktisch gucken ja wie sieht es aus na also wir werden nicht wir werden nicht jetzt die ganze zeit automatisch im oberwasser pilken sondern wir legen direkt los und schauen wie weit gehen wir runter wann ist der erste bis da und eben anhand dieser informationen arbeiten wir lediglich das werden wir mal ausprobieren ich hoffe dass wir was schönes fangen werden wünsche uns jetzt ganz viel spaß bei der session und sage let's go so ihr lieben wir sehen vor uns dieses ja dieses loch was sich gleichzeitig aufteilt in viele kleine zwischenbereiche das heißt wir werden uns erst einmal grundsätzlich hier in diesen mittleren bereich abhaken bzw auch vor uns im prinzip haben wir ihn aber das was uns jetzt hier wieder fährt an der stelle lasse ich so ein bisschen offen vielleicht werden wir ab und zu mal unsere position erneuern aber in erster linie geht es mir dann darum von hier aus zu starten und zu schauen wo treibt es mich hin vermutlich hin und her jetzt mache ich mal wieder die f9 taste dann habe ich nämlich auch wieder meine komplette einsicht jetzt sehe ich gerade das ticket ist fast alle ok ja also wir haben zwei uhr 43 es ist 4,9 grad kalt wir haben auch aktuell sehr wenig wind dafür schon jetzt direkt den ersten bis an der angel fängt ja gut an grundsätzlich erstmal ein sehr wohlwollender erster einstieg mit einem steinkühler der gar nicht mal so wohlwollend aussieht aber das ist ja schon mal grundsätzlich eine frequenz die da ist also schmeißen wir das gleich wieder rein auf was hat er gebissen auf natural shrimp 1er ok also weißer shrimp ist schon mal grundsätzlich interessant für steinkühler halten wir das fest und jetzt geht es im grunde daran das ganze nach möglichkeit einfach absinken zu lassen solange bis der biss eingeht und wenn der biss eingeht dann legen wir natürlich los sollte es unten ankommen werden wir wahrscheinlich entweder jiggen pilken was auch immer aber erstmal muss er unten ankommen wir sehen direkt es geht schon weiter natürlich bin ich darauf eingestellt dass wir mit den beifängern die in der form shrimp auftauchen hier sehr viel im seicht und mittelwasser ziehen werden aller voraussicht nach wie man hier schön sehen kann den wittling gebissen auch auf den shrimp und ja natürlich also ich sag mal so ich gehe in den seltensten fällen außer vielleicht es wird dunkel davon aus dass wir den grund erreichen vorher werden sich sehr wahrscheinlich andere fische um diesen köder um diese beifänger kümmern oder eben auch um den lurker ist ja auch nun mal bekannt dass lurker hin und wieder mal steinkühler köhler anzieht oder eben noch was ganz anderes aber ich denke da machen wir ganz gemütlichen einstieg jetzt erstmal gucken wann wo wie was passiert die erste minute hat schon mal zwei fische hervorgebracht maßig wie unter maßig tatsächlich könnte man auch darüber nachdenken wenn man hier schon über 115 metern steht ob man nicht vielleicht dann doch die elektrorolle nimmt falls es weiter runter geht aber ich habe mir gesagt so ein bisschen kurbelarbeit ist jetzt auch nicht so der albtraum kann man ruhig mal machen gut lassen wir uns überraschen jetzt hat er mittlerweile schon fast die 100 meter erreicht hätte ich nicht gedacht dass es doch so schnell geht aber wer weiß wofür es gut ist am ende grund nähe haben wir auf jeden fall und ich warte auch noch jetzt nicht mehr jetzt fangen wir an zu kurbeln wir kommen tatsächlich schon nach dem zweiten fisch aufgrund das ist interessant kann ich jetzt pilken und der erste fisch ist schon dran beziehungsweise der dritte aber der erste aufgrund seht ihr dafür lebe ich zum beispiel die imperial die hat die hohe übersetzung von 4,4 mit der haben wir den fisch relativ schnell oben und gleichzeitig wenn er uns mal ein bisschen zu schwer ist auf der kleinen übersetzung werden wir ihm gerecht und wir machen weiter erneut mit einem steinköhler der sich auch auf den shrimp ein findet das ist sehr schön also hier haben wir offensichtlich interessierte steinköhler auf unsere weißen köder dann gucken wir mal ob wir das weiterhin aufrecht erhalten können natürlich sinkt da jetzt auch erstmal wieder ab muss zugeben ich hätte ehrlich gesagt lieber die bisse weiter oben andererseits wer weiß was sich da noch so an optionen ergibt indem wir einfach mal das ganze weiter absinken lassen worüber ihr selbstverständlich auch nachdenken könnt falls ihr sagt okay bei 60 metern reicht es mir so langsam könnt ihr natürlich dann auch mit der einholgeschwindigkeit beispielsweise runter gehen und einfach anfangen wieder nach oben zu kurbeln in der hoffnung dass ihr eben in der aufwärtsbewegung die bisse kassiert dazu am besten nicht ganz so schnell das ganze machen oder ihr variiert es ein bisschen mal schnell mal langsam und guckt einfach was am besten funktioniert denn das kann weder ich vorher sehen noch ihr noch der fisch vermutlich selber insofern gebt dem fisch ein paar optionen und guckt dann welche am besten funktioniert was wir hier relativ schnell merken ist dass wir in die seichteren bereiche natürlich jetzt gehen ergo haben wir eine ganze menge grundbewegung wir mussten jetzt auf 80 meter hoch dafür waren wir ursprünglich auf 115 etwa na also hier wird man auch wenn es sehr wenig wind ist die drift arbeitet natürlich weiter unten und schiebt unser boot und schiebt uns und den köder in seichtere bereiche das ist halt das los was wir haben wenn wir versuchen auf der tiefsten stelle an einem kleinen fleck zu angeln das wir doch sehr oft dann auch mal hin und her bewegt werden könnten da würde sich zum beispiel jetzt wieder anbieten nicht voll auf grund zu gehen sondern eben eher die beifinger aktiv zu nutzen und irgendwo im mittelwasser oder im seichten abschnitt das ganze zu präsentieren hier sehe ich wieder ein wittling mit 800 gramm wieder auf den shrimp also momentan ist glaube ich noch nicht ein fisch auf unseren lurker eingegangen das finde ich einerseits gut weil dann konzentriert sich alles auf die beifänger andererseits interessiert es mich natürlich schon ob der lurker auch was gescheites fangen kann da müssen wir dann einfach mal ein bisschen schauen um uns jetzt mal ein bisschen abwechslung einfach rein zu holen habe ich beschlossen mal auf 25 metern kurz dicht zu machen und wir pilken einfach mal aktiv das ganze eine sache die ich vielleicht schon mal als video verursacht habe wollte ich schon sagen nein eine sache die ich schon mal als video bearbeitet haben könnte woran ich mich aber aktiv jetzt nicht so erinnern kann ist tatsächlich ein test mit diesen natural shrimps ich weiß dass die in weiß und weiß schwarz nämlich durchaus sehr passabel fangen können das haben sie damals schon getan aber wenn man das eine weile lang nicht testet muss man natürlich da auch mal wieder reinschauen also sollte ich es nicht schon mal veröffentlicht haben mit diesen diesen shrimps hier dann auf jeden fall jetzt weil wie gesagt das sieht an sich ganz hilfreich ganz gut aus fünf fische in sieben minuten wenn wir jetzt nicht voll auf tiefe gehen sondern die fische schon weiter oben versuchen abzufangen ich denke damit kann man dann auch recht gute ergebnisse erzielen da der wittling nun mal auch im mittelwasser und seichtwasser unterwegs sein kann nicht immer aufgrund hätten wir hier eventuell die chance falls der weiterhin einsteigt ein sehr gutes stundenergebnis aufzustellen das riecht stark nach einem einstieg auf lurker gerade 40 meter hat sich gerade mal direkt was gemeldet ich tippe aber stark auf köhler weil wir den gegendruck gerade faktisch nicht mehr da haben und er sich wieder einkurbeln lässt könnte an die zehn kilo schwer sein wenn wir glück haben das gucken wir uns mal genauer an oh viel besser als das aber leider keine trophäe da fehlen uns 626 gramm zehn kilo steinkühler das sieht sehr 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 gut aus schade dass es nicht ein klappes stück mehr war aber das ist auf jeden fall sehr gut gelaufen gerade wir stehen wieder etwa drauf da können wir noch mal nachlegen cool auf was ist der gegangen auf shrimp tatsächlich der weiße shrimp herrschaften ich hätte wirklich darauf gewettet dass es jetzt gerade mal ein lurker bis war aber es ist tatsächlich der shrimp in weiß also da scheint da scheint ein gutes maß an steinköhler drauf gehen zu können das war jetzt der einstieg auf 40 meter rund wie gesagt er ist von alleine eingestiegen während der sinkphase hat ordentlich runter gerissen das könnte man eventuell noch mal nutzen nächster steinköhler mit 2,4 kilogramm es ist erstaunlich dass sie sich so auf diese schrimps einschießen können wie gesagt das ganze auf 115 meter an der stelle könnte es selbstverständlich natürlich auch mal woanders probieren aber die mögen das auf jeden fall so sieht es jedenfalls stark aus sehr schön dann der nächste steinköhler wieder auf shrimp wie gesagt ich würde mich auch nicht wundern wenn er auf den lurker eingeht aber da haben wir bisher noch gar nichts wohl drauf gehabt zumindest wenn ich so durchschaue habe ich nirgendwo einen lurker aktuell im bilde er ist also mehr oder weniger einfach nur die sinkhilfe an der stelle ja leider ein bisschen zu klein es ist schon es ist schon ein bisschen bisschen bitter wir sehen hier wirklich toll die frequenz auf wittlingen innerhalb der zeit die wir hier stehen aber vier davon sind einfach komplett unter maß das ist natürlich nicht ganz so toll ich versuche es jetzt noch mal mit pilken auf 20 metern einfach weil ich glaube dass wir sie wenn dann hier erwischen und zwar besser maßig aber sie müssen halt auch erstmal beißen so da haben wir ein bis oh schön das könnte neuer pb für mich sein atlantischer herring 239 gramm mit dem habe ich zum beispiel auch noch nicht gerechnet aber es sieht so aus als ob wir ne 290 ist der größte von mir gefangene bisher also es ist auch noch luft nach oben aber zu wissen dass der auch beißt in dem fall auch auf den shrimp ist schon mal gar nicht so verkehrt könnte man auch noch was mit anstellen mit der info ist aber wie gesagt bisher hat er sich noch gar nicht gezeigt sonst dass es kann sein dass es eine ausnahmeerscheinung ist auf 20 metern versuche ich es nochmal ist auf jeden fall von der größe her gut ich glaube ich hatte für 180 gramm neulich noch 17 silber bekommen das heißt da kommt schon ein bisschen was zusammen das probieren wir direkt nochmal aus 1,2 kilo makrele auch auf 20 meter ich glaube das kann was hier das kann glaube ich was wir probieren weiter ist jetzt zur abendstunde auch das dürfen wir nicht außer acht lassen die abendstunde bringt oftmals nochmal abwechslung rein ich finde die fängt dann immer so von halb sechs an und geht bis 20 uhr irgendwo vielleicht 19 uhr rum das ist so die zeit der zeitverlauf in dem ich immer wieder überraschungen erlebe wie man hier sehen kann auch am nordmeer wie gesagt die ganze zeit über keine brauchbare größe bei den makrelen 600 gramm das höchste der gefühle jetzt das doppelte plus ein hering den wir vorher noch gar nicht hatten ich schiebe das stark auf die uhrzeit das riecht auch schon wieder nach steinköhler tatsächlich hier gebissen auf 50 meter 50 55 etwa und ein weiterer steinköhler mit 3,7 kilogramm auf den shrimp auf den shrimp auf den shrimp keiner will unseren lurker und nochmal was ganz frisches ein kalmar hier mit 504 gramm ja ist denn das zu fassen leute und was ich hier sehen kann schaut mal unten bitte links in die anzeige es sind jetzt noch um die 100.000 xp die wir brauchen der kalmar allein hat glaube ich gerade 30.000 reingeschallert also ich würde mal sagen wenn wir jetzt länger als sechs minuten angeln ist das kein problem dafür machen wir das level 44 voll und ja ist schön bunt wieder mal der kescher jetzt vor allem jetzt so die letzten minuten wenn ich so darüber nachdenke je länger ich wieder am spot stehe desto interessanter wird das ganze aber das meiste wie gesagt wirklich durch die aktive sink vorgehensweise also tatsächlich dadurch dass wir einfach nur abwarten bis es rein geht ab und zu kann man das ganze mal unterbrechen direkt wieder aufmachen weiter sinken lassen manchmal hilft das manchmal bringt das ganz interessante bisse zustande aber ja da ist auf jeden fall potenzial in unterschiedlichste entwicklungen in unterschiedlichste richtungen hier an dem spot und natürlich will ich auch wissen auf was der kalmar gebissen hat natürlich natural shrimp was auch sonst warum sollte der lurker jetzt auf einmal anfangen ist schon sehr interessant und da nehmen wir nochmal eine makrele mit jawohl warte mal konnte man eigentlich sehen wie viel restprozente man noch hat hier noch 109.000 ok ich glaube das werden wir vielleicht dann doch nicht mehr heute schaffen jetzt ohne noch zusätzlich die happy hour dabei zu haben wird das vermutlich ein bisschen eng wir haben jetzt eine stunde eins dann würde ich sagen machen wir den letzten fisch hier dran wenn er wirklich so viel einbringen sollte was ich mir nicht vorstellen kann dann sei es so ansonsten wir geben dem fisch die chance wir geben dem fisch jetzt hier mit sinkenden montage die chance zu beißen der letzte fisch entscheidet darüber ob das level up in dieser folge kommt oder nicht ok leute da kommt er der letzte fisch der session für heute es handelt sich dabei um eine makrele von 700 gramm etwas weniger die uns leider nicht das level abbringt ergo bleibt es sehr sehr knapp aber jetzt ist verkauf angesagt wir haben es geschafft 40 fische zu angeln innerhalb von einer stunde und vier minuten das ganze teils mit untermaßigen fischen dabei aber vor allem jeder menge steinköhler und auch jeder menge makrele in durchaus guten größen wir gucken uns mal das ergebnis an so besonders schön der kalmar natürlich wenn wir nach preisen das ganze sortieren wird der nur noch getoppt von unserer fast trophäe vom steinköhler zehn kilogramm vier und achtzig silber das ist eine sehr sehr gute menge dann haben wir wie gesagt den kalmar hier mit 500 gramm der bringt 32 nochmal steinköhler mit 31 steinköhler mit 31 die beiden wittlinge mit 25 und 29 silber hier sehr schön hervorzuheben der hering mit 240 gramm für 24 silber wenn man die frequente angeln könnte ich würde sofort machen die makrele bringt 22 silber für 1,2 kilogramm steinköhler ohne ende hier na das zieht sich dann so ding 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 das gleiche mit makrele ding 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 der lump nochmal mit 14 kilo und ja was kam jetzt auf eine stunde 5 minuten raus wir gucken mal 527 silber ja das ist in ordnung ich finde das ist ein guter schnittwert es war teilweise zwischendurch ein bisschen mühsam an die fische ranzukommen am besten ist wirklich ihr probiert erstmal ob ihr mittels pilken an die fische so drankommt ob ihr sie erwischen könnt ob sie drangehen falls das nicht der fall ist ist meine empfehlung wenn ihr hier auf 115 metern steht lasst es einfach absinken und den den dingen ihren lauf ihr könnt jederzeit einfach mal zu machen und kurz abwarten wieder öffnen den schnurfang bügel und weiter sinken lassen aber das hat am meisten geholfen bei mir und wie gesagt die schrimps haben halt auch die maßgebliche arbeit geleistet weiße schrimps dann ja der lurker in weiß ich hoffe ich kann ihm nochmal an anderer stelle seinen großen auftritt verschaffen wenn ihr das sehen wollt wenn ihr nochmal sehen wollt wo der weiße lurker besser einsatzbereit ist dann lasst es mich in den kommentaren wissen ansonsten vielen vielen dank fürs einschalten ich freue mich über eure likes unterm video auch über die kommentare selbstverständlich und wünsche euch viel erfolg petri und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal